Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Grüße im Mittelalter. Ich sage ja, meine Videos sollen auch für angewandte Geschichte sein. Also für all die Leute, die sich irgendwie mit Geschichte beschäftigen, Geschichte umsetzen, sei es im Rollenspiel oder im Lab oder auf Mittelaltermärkten, im Reenactment, wo auch immer. Und da ist tatsächlich jetzt Grüßen mal eine sehr, sehr angewandte Art von Geschichte. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man sich begrüßt und es gibt eine ganze Menge Arten der Umsetzung und ich wollte mal schauen, was davon ist historisch und wie sehen die Alternativen aus. Es ist gar nicht so einfach, da wirklich etwas herauszufinden. Also so ein einfaches Ding wie einen guten Tag in Quellen zu finden, nicht so einfach. Vor allem die Schriftquellen, die wir haben, Geschichten, heute würden wir Romane sagen, also fiktive Erzählungen, haben vergleichsweise wenig wörtliche Rede. Wir finden weit eher so eine Aussage wie Protagonist XY grüßt jemand anderen, aber nicht in wörtlicher Rede. Bekannt ist zum Beispiel das Gegenbeispiel aus der Erzählung von Gawain und dem grünen Ritter. Der grüne Ritter taucht auf, ohne zu grüßen. Wird explizit gesagt, er grüßt nicht, aber wie er nicht grüßt oder wie andere ihn grüßen wird, eben nicht erzählt. Da fehlen Dinge. Im 1500 findet man wieder mehr. Da habe ich ein paar Dinge gefunden, aus denen ich schöpfen konnte, aber so richtig einfach war die ganze Angelegenheit eben nicht. Ich fange mal mit den einfachsten Arten zu grüßen an, nämlich im Alltag die nonverbalen Begrüßungen. Und eine sehr bekannte, die wir heute noch kennen, ist das Hutziehen. Und wenn man mal so in den, was man im Netz allgemein zum Thema grüßen findet, gibt es mehrere Aussagen, die ich hier widerlegen muss. Entweder ist der Handschlag erst in der Neuzeit aufgekommen oder das Hutziehen ist erst in der Neuzeit aufgekommen. Dafür wird das Salutieren immer ins Mittelalter verschoben. Zum Hutziehen haben wir Quellen. Hier haben wir zum Beispiel aus einer Erzählung von den vier Kaufleuten. Ein junger Mann, in der Geschichte ist tatsächlich eine verkleidende Frau, ist aber nicht wichtig, wird dem König von Ägyptenland vorgestellt. Und bei dieser Vorstellung hebt er den Hut an. Beim Hutziehen haben wir in erster Linie spätmittelalterliche Quellen. Im Hochmittelalter ist das wirklich relativ wenig verbreitet. Allein deswegen, weil der Hut noch gar nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Wir haben sehr, sehr viele Darstellungen aus dem Hochmittelalter ohne Hut, aus dem Frühmittelalter ebenso. Da sind Hüte nichts, was wirklich völlig verbreitet ist. Im Spätmittelalter ändert sich das. Da ist wirklich eine Kopfbedeckung, ein Hut so stark verbreitet, dass Hutziehen überhaupt einen Sinn ergibt. Im Hochmittelalter haben wir oft diese Bunthauben, diese dünnen Hauben, die festgebunden werden. Die kann ich nicht heben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen gibt es diesen Brauch nicht. Hier haben wir zum Beispiel einen Boten, der seinen Hut hebt. Das typische Beispiel ist, er kommt an, grüßt damit, hat darunter sogar noch eine Google darunter. Aber hier haben wir eben diese verbreitet, eine verbreitete Art von Hüten. Hüte sind so verbreitet, dass Hutheben eine allgemein verbreitete Grußform wird. Der Bauer vor seinem Herrn nimmt den Hut ab. Da wird gerne auch gesagt, die Bauern hätten keine Hüte getragen oder nur Herren hätten den Hut gezogen. Nein, wir sehen hier auch einen Bauern, der seinen Hut abgenommen hat. Hier haben wir eine Reliquienbüste. Das stellt Karl den Kühnen dar. Und hinter ihm der Erzengel Michael. Ich glaube, es müsste Michael sein. Und dieser Engel entbietet jetzt seinen Gruß, indem er seinen Helm anhebt. Fand ich eine spannende Version. Also Helm heben als Gruß kenne ich sonst nicht. Aber hier finden wir, es gibt auch eine Vorlage, ein Gemälde. Da tut er genau dasselbe. Da steht auch ein Engel hinter einem Stifter und hebt ebenfalls seinen Helm. Hier haben wir nochmal Karl den Kühn. Ja, der sich malen lassen als einen der heiligen drei Könige. Und auch der entbietet eben seinen Gruß, indem er hier einen Hut mit Seidenschleier abnimmt. Dann sieht sogar eine Krone auf diesem Hut. Also selbst in solchen Szenen ist er das Hut abnehmen zu finden. Hier haben wir einen Untertan, der einen Herrn grüßt. Da kommen wir gleich zum nächsten nonverbalen Gruß. In dieser Geschichte ist eigentlich, ohne dass er das weiß, der Vater dieses Königs. Dieser junge Mann hat in der Fremde sein Glück gemacht, kehrt als König heim und trifft auf seinen Vater. Werden wir gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang sehen. Und hier haben wir eben das Hut abnehmen und eine leicht gebeugte Haltung. Darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen. Und hier haben wir die sieben weisen Meister. Das ist ein ganz verbreiteter Roman aus dem 15. Jahrhundert oder eine Geschichtensammlung. Ein bisschen vergleichbar mit Tausend einer Nacht. Und in den sieben weisen Meistern, da es viele Geschichten sind, habe ich auch viele Quellen gefunden. Hier ist sehr nett, natürlich diese weisen Meisterformen, in dem Fall ist es ein Kaiser, nehmen ihre Hüte ab. Aber im Vordergrund, dieser blauen Schaube, der hat zwei Hüte. Der hat einmal einen Hut über der Schulter, einen Chaperon und er hat noch eine Kappe in der Hand, die er abgenommen hat. Und das finden wir im nächsten Bild gleich nochmal. Denn auch hier haben wir die Szene, dass vor einem Herrn, vor einem, ähm, äh, äh, was ist das, ein Herzog meine ich, ähm, wurden die Hüte abgenommen. Jetzt schaut euch mal die Personen in der Bildmitte an. Die haben einen Hut in der Hand und eine Kappe auf dem Kopf. Kann ich mir noch nicht richtig so einen Reim drauf machen, aber offensichtlich war Hut abnehmen eine Höflichkeitsgeste, die man auch ausführen konnte, wenn man trotzdem etwas aus dem Kopf getragen hat. Fragt mich nicht, ich finde dieses Bild total spannend und das findet man tatsächlich mehrfach, dass man sieht auch, die haben einen Hut, äh, die haben aber auch einen Hut auf dem Kopf. Sehr schräg. Und natürlich die zweite nonverbale Grußform, die so im Alltag zu finden ist, ist der Handschlag. Auch da liest man, der sei erst sehr, sehr spät aufgekommen. Äh, ich habe eine Quelle gefunden, dass erst die Quäker den, äh, allgemein verbreitet hätten. Aber wir sind hier in der Antike. In der Antike finden wir bereits den Handschlag. Und zwar gar nicht so selten. Wenn man sucht, findet man mehrfach antike Quellen, die einen Handschlag zeigen. Und auch im Hochmittelalter, zumindest am Ende des Hochmittelalters, hier haben wir die sogenannte Kreuzfahrerbibel, die ist um 1250 entstanden. Auch hier sehen wir einen Handschlag. Ähm, ist jetzt nicht ganz klar, ist es in dem Fall eine Grußform oder ist es ein, ein, ein Besiegeln. Aber wir werden gleich noch Beispiele haben, wo es definitiv eine Grußform ist. Hier haben wir einen König, der einer Frau begegnet und ihr die Hand reicht. Äh, ein Bischof, der einen Ritter grüßt. Also man sieht schon, durch alle Stände hindurch scheinen Handschläge nicht unüblich gewesen zu sein. Ähm, vom Pferd aus ein Handschlag. Das hatten wir eben bei dem König und seinem Vater auch, dass vom Pferd aus die Hand gereicht wurde. Ähm, und auch zwischen den Geschlechtern. Also hier eine Dame, die einen jungen Prinzen empfängt, reicht ebenfalls die Hand. Und auch im Neuen Testament wird, äh, der Handschlag erwähnt, zum Beispiel im Brief des Paulus, ähm, dass beim Abschied in Jerusalem ihm die rechte Hand zur Freundschaft gereicht wird. Hier haben wir einen Mann, der seinem eigenen Diener, der ihm etwas bringt, die Hand reicht. Hier haben wir, das ist so das, was wir kennen würden. Also eine freundschaftliche Geste unter Gleichgestellten. Das wäre so, könnte jetzt auch, äh, Leute sein, die sich heute auf der Straße treffen und sich die Hand reichen. Also mal, offensichtlich kein irgendwie, äh, zeremonieller, äh, Umfeld, sondern einfach Leute, die sich treffen. Ähm, hier haben wir zum Abschied einen Handschlag. Zwei, das sind wieder fiktive Gestalten. Zwei Könige verabschieden sich voneinander und reichen sich zu Pferd die Hand. Und eine Sonderform ist der Lehenseid. Hier haben wir aus, äh, dem Sachsenspiegel einen Adligen, der auf der linken Seite sowohl jemand anderes Lehenseid empfängt, als auch auf der rechten Seite seinerseits ein Lehenseid leistet. Und hier haben wir das Legen in die Hände des Anderen. Der zukünftige Lehenseherr nimmt die Hände seines Lehensmannes in die Hände und damit wird der Lehenseid quasi besiegelt. Das ist diese Form von Handschlag. Die wird auch teilweise wiederholt, ähm, wenn man sich trifft. Das ist so eine besondere Version. Und eine zweite im Mittelalter verbreitete, äh, zeremonielle Form des Handschlages war, äh, die Ehe. Beim typischen Eheritus legt der Priester die Hände des Paares ineinander und dieses Ineinanderlegen ist im Prinzip das, was dann, äh, also als Kernelement, äh, der Ehezeremonie stattfindet. Ähm, also, man sieht beides zumindest im späten Mittelalter sehr, sehr gebräuchlich. Zu den Grüßen, die üblich sind. Da fange ich jetzt mal mit ein paar monären Dingen an, die gerne auch, äh, da ist ja die Fragen, gab's das schon? Ähm, im Prinzip gab's die alle nicht. Ähm, Grüße wie Tschüss und Ade als, als, äh, Verabschiedung, wobei es sind keine reinen Verabschiedungen, das ist das Lustige. Ähm, Tschüss und Ade kommen beide von Adieu beziehungsweise Adios. Das, äh, Tschüss im Niederdeutschen ist, da streitet man sich, ob es aus dem Französischen oder sogar aus dem Spanischen reingekommen ist, bedeutet mit Gott beziehungsweise mit Gott befohlen. Adieu, Adios. Ähm, ähm, vom Lateinischen Addeum zu Gott. Und es gibt auch die Zwischenform. Es gibt eine alte Form von Tschüss, die heißt Art Tschüss, ist so vor 50 Jahren gar beide noch verbreiteter. Inzwischen ist die ziemlich, äh, verschwunden. Ähm, aber das ist eben eine Form, die mittelalterlich nicht existiert. Zumindest können wir sie nicht nachweisen. Die Vorform eventuell. Eine Form, die definitiv schon da war, ist Servus. Servus von Diener. Ähm, heißt Servus bedeutet nichts als ich bin dein Diener oder dein Diener. Also, das ist etwas, was man später noch hat, im 20-Jahr und frühen 20-Jahrhundert sagt man es zum Teil noch ihr Diener oder sowas als Grußformel. Ähm, und Ciao ist interessanterweise, gibt es, äh, die Deutung, dass es entweder ebenfalls von Adios kommt. Adieu, Adios, Ciao. Oder dass es eben mit Servus verwandt ist und aus dem Venezianischen. Ähm, also, ich kann es nicht genau sagen, entweder ist es eine, äh, Abort, eine Abort von beiden. Heutzutage noch bekannt ist das Pfirti der Bayern. Das kommt von Behüte dich und meint wieder Gott behüte dich. Und bei all diesen Formen sind wir schon in einer sehr mittelalterlichen Sprachprägen, also ein Gottesbezug im Gruß und dann ein Gott mit dir, Gott behüte dich. Das sind im Prinzip nur verschliffene Formen von genau dieser Art zu grüßen. Ähm, heute auch bekannt ist Moin aus, äh, 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 Niederdeutschen. Moin, Moin oder Moin wird gerne mal verwechselt. Das bedeutet nicht guten Morgen, hat mit morgen überhaupt nichts zu tun, sondern kommt von Moin Dag und heißt guten Tag. Also, die sagen nicht morgen, die sagen guten. Das ist mehr so als Hesse. Kenne ich das. Das sagen die hier auch. Ähm, dann gibt es noch die häufige Aussage, dass Grüß Gott eigentlich aus dem Irischen käme und die irischen, äh, Missionare das mitgebracht hätten. Das ist eine, äh, äh, Deuten, die man recht häufig liest. Ich kann sie nicht nachvollziehen, weil es fehlt dazwischen etwas. Da gibt es eine Überlieferungslücke. Also, kann man nicht direkt übertragen. Und die Aussage hinter dieser These ist, das seien so eine typische Form des irischen Raums und des, äh, äh, süddeutschen Raums, das da in den beiden Räumen Grüß Gott vorhanden ist. Ist aber nicht ganz so. Es gibt diese, äh, Grüß Gott-Version in anderen Sprachen in ähnlichen Konstrukten auch. Also, das ist nur eine Theorie. Ich kann es nicht sagen, aber ich halte sie für unwahrscheinlich. Jetzt schauen wir uns im Gegensatz dazu an, wie hat man tatsächlich gegrüßt im 15. Jahrhundert? Ähm, wie gesagt, es sind Schriftquellen und diese Schriftquellen sprechen keine Prosa. Die sprechen Schriftsprache. Wir haben erst ab dem 16. Jahrhundert, ähm, ähm, irgendwelche, äh, Textquellen, die wirklich zeigen, wie die Leute gesprochen haben. Das fehlt uns für das Mittelalter äh, äh, ganz stark. Wir lesen ja immer die Schriftsprache. Da finden wir aber solche Formeln wie, Gott grüße dich, gegrüßet ihr Herren, gegrüßt seist du, lieber Herr und Gott grüße euch, fraue mein. Ist jetzt nichts irgendwie spektakuläres. Man sagt, Gott grüße dich oder sei gegrüßt. Ähm, tatsächlich, wenn man in die, so um 15. Jahrhundert schaut, so kurz vor der Reformation, die schmeißen tatsächlich auch mit Y um sich in der Schriftsprache und dann haben wir tatsächlich das üble Seid gegrüßt. Problem ist daran, wir sprechen jetzt irgendwie falsch aus. Wenn da geschrieben wird Seid, dann ist das nur eine Form von Seid. Also die haben das nicht so geschwollene ausgedrückt. Tatsächlich ist die gesprochene Version dann auch Seid gegrüßt, sei gegrüßt und das ganze Geschwollene kann man sich eigentlich sparen. In Briefen, also jetzt, das war jetzt, die Beispiele waren aus Romanen, waren aus Novellen und Geschichten. Jetzt habe ich ein paar Beispiele aus Briefen, die natürlich ein bisschen Geschwollener daherkommen. Da ist Herr mein und lieber Freund, an einen etwas höher gestellten. Frau mein, da muss man bedenken, dass Frau im späten Alter im Prinzip das Dame von heute ist. Eine Frau als Frau anzureden, ist eine Höherstellung. Sie ist kein Weib oder sonst irgendetwas. Das kommt so aus dem Umfeld der Mine. Da wurde überhaupt die Frau als zu verehrendes Wesen konstruiert und das, was wir heute als Dame kennen, also eine emporhebende Bezeichnung, das war damals die Frau. Dann Gott grüße meinen werten Vater und Herren. Das ist eine Tochter, die einen Hochadligen anschreibt und im weiteren Verlauf redet sie ihn grundsätzlich als euer Gnaden an. Dann sind wir auch schon beim nächsten, nämlich dem Duzen und Irzen und Siezen und Erzen. Wir haben in Briefen und dadurch in Kommunikation gleichzeitig das Duzen und das Irzen und zwar je nach Stande, in welche Richtung es geht. Nach oben wird im Prinzip im Spätenalter immer geirzt, nach unten wird immer geduzt und diese Grenze ist sehr scharf. Also im Brief eines Adeligen mit seiner Frau redet er seine Frau grundsätzlich mit Du an und sie ihn grundsätzlich mit ihr. Also zumindest in einem Beispiel, das ich gefunden habe. Gleichzeitig habe ich ein anderes Beispiel einer Kaufmannsfamilie gefunden. Da duzen sie sich gegenseitig. Aber es scheint nicht unüblich zu sein, dass innerhalb eines Ehepaars da schon die Grenze verlaufen ist. Und bei Kindern kann man grundsätzlich sagen, die eigenen Eltern werden geirzt oder in einem Fall, wie gesagt, bei diesem Hochadligen, da wird sogar geärzt. Also diese Plurales Majestates, jemanden gar nicht mehr als ihr anzureden, so als er anzureden, kommt da auch noch dazu. Siezen hat im Mittelalter im Prinzip nirgendwo einen Platz. Also ich wüsste kein Beispiel, dass irgendwie gesiezt wurde. Das ist eine Form, die tatsächlich später aufkommt. Auch da liest man ab und zu, dass das eine bürgerliche Sache seines Bürgerlichen sich gesiezt hätten. Tatsächlich sind die ältesten Quellen, die ich gefunden habe, sogar Adelige, die ihre Kinder gesiezt haben. Also da ist so eine Höflichkeitsform reingekommen. Statt dem Duzen siezt man sich jetzt. Ich kann es nicht sagen, dazu bin ich zu wenig Etymologe. Ich habe zu wenig Ahnung von solchen Quellen und es ist auch nicht mehr meine Zeit. Aber man kann im Prinzip das Siezen komplett rausstreichen und im Alltag duzen und irzen. Das ist auch gar nicht irgendwie eine herabwürdigende Sache. Wenn ein Herr seinen Knecht duzt, ist das vollkommen üblich. Da gibt es keinerlei Herabwürdigen oder sowas. Schwierig wird es natürlich da, wo zwei Leute ungefähr auf derselben Ebene sind. Da wird wahrscheinlich vorsichtshalber wieder direkt geirzt. Der Rituellen Begrüßungen. Und da will ich vorneweg einen Beruf nochmal ins Gedächtnis rufen, nämlich den Herold. Da denken wir sehr schnell an Wappenkunde, teilweise auch an den Diplomaten, aber gerade in diesem Bereich ist das Grüßen natürlich auch enorm wichtig. Ein Herold war ein Sachverständiger für den Stand von Menschen und dementsprechend auch für Grußformen und Grußrituale. Er musste seinen Herrn informieren, wenn der mit anderen Adligen zu tun hat, die ihm unbekannt waren, Gäste kommen zu ihm, musste er ihm im Vorfeld klar machen, wer ist das, wie ist der zu behandeln. Bei Besuch anderer Adligen war das im Vorfeld zu klären. Gerade bei Festen sehr genau zu wissen, wie ist die Rangfolge der Leute, in welcher Reihenfolge werden sie begrüßt, wo sitzen sie. Das war eine Sache, wo ein Herold vollkommen und abdingbar war. Und so wie er über die Wappen eines Adligen Bescheid wusste, kannte er auch seinen genauen Stand, seine verschiedenen Titel und so etwas. Und das war eine Aufgabe, die für den Herold ganz enorm wichtig war. Und ein schönes Beispiel, wie er das einsetzen konnte, haben wir aus dem Burgunderkriegen, beziehungsweise aus der Belagung von Neuss. Da hatte ich schon mal ein Video gemacht, für Kap Torga damals. Und da hatte ich schon erzählt, Karl der Kühne, Herzog von Burgund, hat Neuss belagert und der Kaiser Friedrich III. hat seinen Herold geschickt. Also der Reichsherold, ein wichtiger Mann, hat es geschafft, den Herold sehr, sehr zu beleidigen, indem er ihn behandelt hat wie ein Empfänger einer Botschaft. Der Herold hat seine Nachricht an einen Stock gesteckt, vorne gespalten, das sehen wir bei Boten häufiger mal, damit die anderen diesen Brief direkt sehen und wissen, dass es ein Bote, und hat an diesem Stock diese Nachricht an den Herzog überreicht. Damit hat er ihn nicht als gleichwertig mit seinem Herrn behandelt, er hat ihn nicht als gleichwertigen Empfänger einer Nachricht, als souverän behandelt, sondern als einen untergebenen, seinem kaiserlichen Herrn untergeben, Empfänger einer Nachricht. Und das Temperament von Karl dem Kühnen war jetzt nicht das ausgeglichenste. Man könnte jetzt denken, er hat direkt diesen Herold einen Kopf kürzer gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Er musste gute Miene zum bösen Spiel machen und wie es damals üblich war, hat er diesen Herold mit Kleidung und Geld beschenkt und mit einer Bedeckung nach Hause geschickt. Er konnte gar nichts dagegen tun, denn dieser Herold war für ihn quasi unergreifbar, eben als Herold. Und so hat er diese Kenntnis genutzt, um wirklich dem Herzog vor seinen Leuten eine Schmach beizubringen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie komplex diese formellen Rituale sind und wie leicht man sich darin verstricken kann. Und kommen wir ein bisschen aus dem Alltag und gehen in den Bereich der rituellen Grüße. Da ist natürlich der bekannteste rituelle Gruß und der verbreitetste das Knie. Und da gibt es verschiedene Formen. Das erste ist das Niederwerfen. Man wirft sich nieder beide Knie am Boden, vorn gebeugt, teilweise auch noch den Kopf nach unten. Das ist etwas, was wir in der Antike haben. Das spielt im Mittelalter allerdings nur noch religiös eine Rolle. Also tatsächlich vor dem Altar macht man das. Hier sehen wir einen der Heiligen Drei Könige vor dem Jesuskind. Der wirft sich nieder. Der nimmt komplett diese Demutsgeste ein, auch teilweise mit Küssen das zu verehrten Objekt, sei es ein Jesuskind hier oder ein Altar oder so etwas. Da gibt es eine große Bandbreite an Darstellungen, wie gekniet wird in dieser Niederwerfen-Position. In der Kreuzfahrerbibel, in der sogenannten, haben wir das ebenfalls. Hier werfen sich auch zwei zu Boden auch unterschiedlich tief. Das spielt allerdings im normalen Alltag eigentlich keine Rolle mehr. Das stärkste, was wir kennen, ist die doppelte Kniebeuge. Also beide Knie berühren den Boden. Und das haben wir vor allen Dingen weder im Bereich des Ritus. Also hier ist es eine Lehnsverleihung, die gezeigt wird. Der Kaiser verleiht ein Lehn und der Lehnsempfänger kniet vor ihm. Oder hier haben wir einen Ritterschlag. Das ist eine andere Abschrift derselben Quelle. Hier ist wieder die Konstanzer Konzilschronik von Riechenthal. Und hier beim Ritterschlag wird eben auch gekniet. Und hier haben wir sogar einen König, der sich mit seiner Leibgarten, mit seinen Leibbogen dann wieder in die Geburtsszene hat malen lassen. Es ist in dem Fall ein französischer Prinz, der hier abgebildet ist. Und auch der kniet. Allerdings nicht in dieser Demutshaltung, sondern man sieht, er hat dabei deutlich Haltung. Es ist also nicht so, dass er sich ja völlig demütig hinwirft, sondern dieses Knien auch mit dem Kissen darunter. Kissen in eigenen Wappenfarben wie Dekadent. Das zeigt natürlich, man kann auch Knien mit Selbstbewusstsein funktionieren. Häufiger ist die einfache Kniebeuge. Sprich, ein Knie wird gebeugt. Hier haben wir eine fiktive Hofszene und ein Diener kniet vor seinem Herrn, während der Rest der Diener steht. Also auch als Diener musste man sich nicht ständig hinknie, sondern ständig ein Bückling machen. Das war im Alltag gar nicht üblich. Aber hier wird eben zeremoniell gekniet. Wir haben ein sehr schönes Bild, übrigens tolles Schlafzimmer. Ein Buch wird übergeben und auch da gegenüber einer Dame ist das Knien auf einem Knie verbreitet und passend. Hier haben wir umgekehrt das Knien vor einer Dame zur Begrüßung. Offensichtlich eine hochstehende Frau und hier haben wir eben weder eine Übergabe noch ein Hofzermail, sondern einfach zur Ankunft. Man kommt, hat den Hut abgenommen. Da sehen wir beide Formen miteinander verbunden und es wird sich hingekniet. Wenn der Abstand groß genug ist zwischen den Ständen, dann ist das offensichtlich üblich. Und hier haben wir nochmal so eine Buchübergabe. Die haben wir in sehr, sehr vielen französischen Handschriften. Vor allem als erstes Bild im Buch wird die Übergabe gezeigt des Autors an den jeweiligen Patronen. Und hier sind wir mitten im burgundischen Hofritus. Sprich, der Autor, der kein Adliger ist, kniet auf einem Knie vor seinem Herrn, während er das Buch übergibt. Eine Sonderform, die man oft findet, ist die leichte Kniebeuge. Die hatten wir vorhin schon mal. Ich zeige sie gerade nochmal. Hier hatten wir das Ganze schon mal. Diese leichte Kniebeuge, dieses nicht gerade stehen, aber auch noch nicht wirklich Knie. Und das finden wir auf vergleichsweise vielen Abbildungen. Das scheint so eine Höflichkeitsform gewesen zu sein, die sehr verbreitet gewesen ist. Auch Diener, die gerade etwas tun, also die im Herrn zum Beispiel etwas zu essen bringen an der Tafel, nehmen diese Haltung ein. Ich halte das auch nicht für eine schlechte Darstellung eines Kniefalls, sondern ich denke tatsächlich, dass es so eine Höflichkeitsform dazwischen, so nah am Knicks eigentlich, die irgendwann verschwunden ist. Die wurde von anderen Höflichkeitsformen verdrängt. Was wir nicht haben, ich kenne kein Verbeugen. Ich habe nichts gefunden, was darauf hinweist, dass Leute sich verbeugt haben. Ich kenne keinen Knicks bei den Damen. Überhaupt nicht. Offensichtlich kniende Damen kenne ich, aber so etwas wie einen Hofknicks oder sowas scheint es da einfach nicht zu geben. Also all die Formen, die wir später haben, auch das Hut tiefziehen, Hut ziehen mit einer tiefen verbeugen oder sowas existiert offensichtlich alles nicht. Wenn wir etwas haben, dann ist es das Hut ziehen, das Handreichen, wobei das Handreichen natürlich im Zeremoniellen, ich hatte zwei Beispiele für zeremonielles Handgeben gegeben, aber irgendwie am Hof bei einem großen Empfang bei irgendetwas einem Adling darüber die Hand zu geben, das gibt es offensichtlich nicht. Also auch die Szenen, wenn man irgendwie unter vier Augen sich trifft, dann scheint Handgeben verbreitet zu sein, aber irgendwie in der höflichen Kultur ist Handgeben als Kurs offenbar nicht verbreitet. In der höflichen Kultur gibt es dafür noch eine weitere Form, die wir auch recht früh finden. Schon im Begrüßungszeremoniellen des Hochmittel, also im 12. Jahrhundert wird es erwähnt. Da gibt es in Magdeburg ein großes Hoffest und es wird beschrieben, wie die Leute einziehen, wie die Gäste einziehen. Und der Gastgeber zieht ebenfalls ein, von 200 Bewaffneten begleiten, die ihre Waffen blank präsentieren und als die anderen kommen, finden wir eben ein paar sehr schöne Quellen, wie begrüßt wird, nämlich mit Umarmung und Kuss. Das ist etwas, was im höflichen Kontext lange Zeit verbreitet ist. Und finden wir auch eine Formel dazu. Parzival im Wolfram von Echenbach wird gesagt, Gott aller Rest, danach mit West willkommen. Gott zuerst und danach mir sollt ihr willkommen sein. Das ist so eine Höflichkeits- oder eine Empfangsfloskel eines Adeligen, eines Hochadeligen, der seine Gäste empfängt. Und der Kuss ist natürlich auch in biblischen Zeiten schon zu finden. Der bekannteste ist der Judas-Kuss, der hier natürlich eine besondere Rolle hat, weil es Verrat ist. Aber da er als Zeichen gebildet wird, Judas sagt, der, den ich küsse, den müsst ihr verhaften, kommen Küsse sehr, sehr häufig vor. Gerade auch unter Anhängern, unter engen Freunden wird auch das Mittelalter hindurch munter geküsst. Auch innerhalb der Geschlechter gar kein Ding. Natürlich nicht mit einer erotischen Intention, sondern mit einer Vertrautheitsintention. Und bei diesem Hoffest in Magdeburg ist eben, dass die Gastgeberin ihre Gäste mit einem Kuss empfängt. Auch das kommt in der Literatur vor. Ich meine, es ist schon wieder Parzival, der über das gebotene Maß hinausgeht und seine schöne Gastgeber mehr küsst als üblich wäre. Also nicht nur einen Wangenkuss gibt, sondern einen Kuss auf die Lippen, einen heißen Kuss auf die Lippen. Es gibt natürlich Ärger, gar keine Frage. Aber ebenso Kuss auf die Wangen, was ja zum Beispiel im französischen Raum bis heute vollkommen üblich ist, dass man sich Kuss auf die Wangen gibt, ist einfach eine Form des Grußes. Wir haben Kärnten um 1200. Eine Szene, da ist es ganz schwer zu sagen, handelt es sich um einen erotischen Kuss oder handelt es sich um einen Begrüßungskuss. Da scheinen auch gerade im Bereich Minne die Grenzen nicht wirklich zu verschwimmen, aber die Deutung ist entsprechend. Also gerade in der gesamten Minne ist das erklärte Ziel zum Teil einen Gruß von der Frau zu erhalten. Es gibt Minneserge, die beklagen sich, dass die Damen sie nicht grüßen würden und auch da der Kuss als Begrüßungskuss kriegt natürlich eine erotische Komponente, die zum Spiel der Minne dazugehört. Aber tatsächlich ist der Minne das erste Ziel von einer Dame gegrüßt zu werden. Wir haben eine spanische Handschrift um 1300 und hier geht es tatsächlich um einen Begegnungskuss. Zwei Leute treffen sich und zur Begrüßung wird ein Bruderkuss ausgetauscht. Hier sieht man übrigens, was ich vorhin gesagt habe, die tragen gar keine Hüte, die können nichts ziehen. Und es gibt hier natürlich auch wieder Dornen. Sie geben sich nebenbei auch noch die Hand, allerdings nicht die Hand wie wir es kennen, rechts rechts, sondern sie nehmen beide Hände. Und auch da ist wieder oft zu hören, ja das Handgeben soll ja zeigen, dass die Waffenhand leer ist. Das ist wieder so eine Erklärung, die hört man ganz oft, aber ich habe da das Problem, wenn ich die Hand reiche, bin ich schon zu nah. Also ich müsste viel früher zeigen, meine Waffenhand ist leer. Und ob es so Gesten wie die leere Hand zu heben, ich habe sie nicht gefunden. Ich gehe davon aus, dass es so etwas gibt, ziemlich sicher. Aber ich kann nicht sagen, dass das tatsächlich irgendwie gut nachweisbar ist. Jetzt sind wir noch beim Minnekuss. Hier sind wir genau in der Artussage. Lancelot und Genevre tauschen im Minnespiel einen Kuss aus. Da fängt der ganze Ärger eben an. Und auch dieser ausgetauschte Kuss, der nur im Minnespiel sein sollte, ist natürlich mehr als erwartet wurde. Hier haben wir noch einen Bildteppich von 1450. Ein sehr vertrauter Kuss. Vielleicht ein Ehepaar, kann man natürlich nicht so einfach sagen. Aber da sind wir eben auch schon wieder im Bereich des erotischen Kusses. Und der Kuss als Begrüßungsgeste nimmt auch im Spätmittelalter dann deutlich ab. Der ist wirklich im Hochmittelalter sehr gut zu finden. Im Spätmittelalter wird er deutlich weniger und die Umarmung bleibt. Die Umarmung finden wir deutlich mehr, aber den Kuss immer weniger. Hier haben wir so eine Umarmung als Begrüßung an der Hauspforte. Ein Gast wird umarmt. Aus der Kreuzfahrerbibel ebenso eine Umarmung als Begrüßung. Und hier ein Treffen. Das sind tatsächlich Abgesandtschaften. Und da gibt es schon regelrechte Regeln, wie man sich begrüßt. Denn zu Fuß ist ebenbürtig. Aber was macht man zum Beispiel, wenn Leute Briten kommen? Da gab es schon Vereinbarungen im Vorfeld, wie man sich begrüßt. Bleiben beide auf dem Pferd, geben sich die Hand oder umarmen sich sogar zu Pferd, steigen sie ab. Das wurde vorher teilweise von Gesandten ausführlich besprochen, damit die Rangfolge oder auch die Gleichwertigkeit beider Parteien beim Treffen gewahrt bleibt. Hier habe ich ein Beispiel aus einem Feldlager, also Gerüste, die sich treffen. Ebenfalls eine Umarmung. Und auch was Kinder angeht. Hier habe ich die Umarmung eines Kindes. Es wird ja gerne mal gesagt, die Leute hatten eine ganz andere Beziehung zu ihren Kindern. Und so eine Kindesliebe, wie wir es heute kennen, gab es damals noch gar nicht. Das finde ich immer ganz schwer, so etwas zu behaupten. Aber offensichtlich haben sie ihre Kinder umarmt. Das können wir immerhin sagen. Salutieren. Heute wird immer gesagt, dass Salutieren der Soldaten die Hand an die Krempe käme daher, dass die Ritter im Mittelalter, es sind immer die Ritter in dem Mittelalter, das Visier geöffnet hätten. Da habe ich ein großes Problem mit, denn auch da gibt es eine Überlieferungslücke. Das Salutieren kommt erst vergleichsweise später. Das sind wir schon im 18. Jahrhundert. Vorher taucht das gar nicht auf. Die Soldaten vorher, nehmen wir den 30-jährigen Krieg, nehmen wir den Barock und so. Die haben nicht salutiert, die haben ihren Hut gelüpft. Also das war der übliche Gruß. Und ich habe ein englisches Handbuch von 1745, das sagt The men are ordered not to pull off their heads when they pass an officer or to speak to them, but only to clap up their hands to their heads and bow as they pass. Also da haben wir im Prinzip das Salutieren, also die Hand zum Hut heben und eben nicht mehr den Hut lüpfen, wie es vorher der Fall war. Und auch in der amerikanischen Revolution gibt es das als Aussage, dass die Offiziere nicht mehr gegrüßt werden, indem man den Hut abnimmt, sondern durch einen Salut gegrüßt werden. Und wir hätten da vom Mittelalter bis zu dieser Zeit einfach eine Lücke von 250 Jahren, in der wir das Salutieren so überhaupt nicht nachweisen können. Also es ist sehr sehr unwahrscheinlich, dass das etwas miteinander zu tun hat. Dazu kommt außerdem, dass mir nicht so wahnsinnig viele Visiere einfallen, die ich einhändig öffnen kann. Also es gibt welche, natürlich, aber wir haben sehr oft einen Verschlussmechanismus, teilweise komplizierte Verschlussmechanismen. Ich brauche bei meinem Helm zum Beispiel beide Hände, um den in einer Bewegung zu öffnen. Das ist sehr sehr unterschiedlich, aber es sieht dann auch nicht irgendwie so aus. Ich mache etwas völlig anderes. Meine Hand, ich kann das nicht so richtig in Einklang bringen. Also von daher, ich bin von dieser Theorie absolut nicht überzeugt. Würde ich einfach mal verwerfen. Als letztes habe ich den Bereich der Anreden. Ich hatte im Brief ja schon ein paar Anreden eben genannt, so als Beispiel. Aber jetzt bin ich mal durch die Zeiten durch. Im 12. Jahrhundert finden wir die folgende Version. Siebotogra von Hartmannsberg entbietet Ortwin von Merkenstein seinem lieben Gefolgsmann seinen Gruß und wünscht ihm alles Gute und was man einem Freund nur wünschen kann. Im 13. Jahrhundert, diesmal ist es ein Priester, seiner in Jesu geliebten Tochter entbietet Bruder Jordan aus dem Predigerorden ein unnützer Knecht seinen Gruß und wünscht ihr die Gnaden geistlicher Freuden. Er nennt sich selbst ein unnützen Knecht. Das ist mal die Mythe. Und im 14. Jahrhundert ein Rat an einen anderen Rat, also ein Stadtrat. Den frommen und ehrbaren Bürgermeistern und dem Rat der Stadt Würzburg entbieten wir Schuldheiß und Rat von Oberenheim unseren aufrichtigen Dienst und alles, was wir in Ehre und Gutem vermögen. Und dann gibt es noch diesen wundervollen Druck. Das ist ein Büchlein für Schreiber für Anreden in Briefen, also eine Art Sammlung an vorgefertigten Anreden. Davon habe ich mal ein paar Nette rausgesucht. Dem Kaiser, wie schreibe ich dem Kaiser? Dem aller durchlauchtigsten, großmächtigen, hochgeborenen Fürsten und Herrn Friedrich von Gottes Gnaden, römischer Kaiser, zu allen Zeiten Märer des Reiches, zu Ungarn König, Herzog von Österreich, zu Steier, Kärnten und Krein, Graf zu Tirol, Dalmatien, Kroatien, unserem gnädigsten Herrn. Einem Markgrafen wird so geschrieben, dem hochgeborenen Fürsten und Herrn von Gottes Gnaden, Markgraf zu, was auch immer, und Erzkämmerer des heiligen Römischen Reiches. Einem Ritter wird geschrieben, dem gestrengen, ernstesten Herrn, Ritter und Pfleger zu meiner lieben Herzen. Einem Gesellen, einem ehrsamen Gesellen, wohnhaft zu meines lieben Vetters, und so weiter. Einem Bürger, dem ehrsamen oder auch dem ehrbaren Waisen Bürger der Stadt, Frankfurt zum Beispiel. Ein Handwerksmeister, dem ehrsamen Meister Bürger zu, also in dem Fall wäre es Meister Hans Bürger zu Frankfurt. Einem Bischof, dem hochgeborenen Fürsten und Herrn von Gottes Gnaden, Bischof zu Mainz zum Beispiel. Eine Äbtissin, der andächtigen, geistlichen Frauenäbtissin. Einem Pfarrer, dem ehrwürdigen Herrn, Doktor der Heiligen Schrift und Pfarrer zu, was auch immer, und schließlich einem Kaplan, dem würdigen Herrn Konrad, Vicarius oder Kaplanus zu, was auch immer, unserem lieben Herrn. Eine schöne Übersicht, wie so im Schriftverkehr gegrüßt wurde. Man merkt wieder, dieses Übergeschwollene fehlt tatsächlich. Es sind natürlich sehr umfangreiche Beschreibungen, aber solche, dieses ganze Seyed und ähnliches, kann man da einfach rausstreichen. In der Schriftform findet man es zum Teil, weil eben die Schriftform sich nur bedingt an der gesprochenen Form orientiert, aber man sieht sehr im Schnitt ganz gut, dass die Formulierung nicht ganz so geschwollen vorgetragen wird. Dann haben wir noch aus einem Bereich Grußformen, die nicht schon mal angerissen haben, nämlich aus dem Bereich der Tafelkultur. Da kommen wir auch wieder in den Bereich des Willkommens, der Gastfreundschaft, denn Gruß hat damit ziemlich viel zu tun. Wir haben im Frühmittelalter ja wirklich noch, oder ins Hochmittelalter hinein, diese Form der Gastfreundschaft als wirkliches Kulturgut, das auch als geheiligt galt und gegen das zu verstoßen, wirklich Probleme bereitet hat. Ich hatte letztens den Film über Herbergen, über Gasthäuser, Gasthäuser und ähnliches gibt es im Frühmittelalter relativ wenig, weil eben das Gastrecht und die Gastfreundschaft noch deutlich verbreiterter war. Es gab viel weniger Leute, die unterwegs waren, es gab viel weniger Reisende und wenn man in die Fremde kam und sich Gastfreundschaft genießen konnte, dann hat das quasi diese Rolle eingenommen. Und zu dieser Gastfreundschaft gehört natürlich auch das Grüßen. Wir hatten vorhin den Ritter, den grünen Ritter aus der Artussage, der nicht gegrüßt hat. Das hat er absichtlich nicht getan, das finden wir mehrfach. Dass ein Ritter, der auf Streit quasi aus ist, einen anderen Ritter nicht grüßt, weil er nicht weiß, welcher Ritter das genau ist. Ist es vielleicht der, mit dem er Streit haben will? Wenn ja, verweigert er absichtlich den Gruß, denn der Gruß würde ja schon Frieden gebieten. Nach dem Gruß quasi zu kämpfen, wäre ein Problem. Und dementsprechend haben wir in diesem Bereich auch sehr ritualisierte Grußformeln. Die beiden wichtigsten, hier haben wir die Handwaschung. Das ist wieder dieser junge Mann, der in der Fremde sein Glück gemacht hat und nach Hause zurückkehrt. Und sein Vater und seine Mutter erkennen ihn nicht, sondern sehen nur den König, der sie besuchen kommt. Und eilen herbei mit einem Handfass, wird es im Text genannt, und einem Handtuch und waschen ihm die Hände. Das ist dann der Gag an der ganzen Geschichte, denn dieser Vater hat seinen Sohn ins Meer geworfen, weil der nach einer Weissagung gesagt hat, eines Tages wird er sein Glück gemacht haben und dann werden sein Vater und seine Mutter ihm die Hände waschen und dafür auch noch dankbar sein. Und er hat gesagt, im Prinzip war das eine Sünde gegen seinen Vater, eine Hochfertung, und er hat deswegen ins Meer gestoßen, ist aus dem Meer geficht worden, hat sein Glück gemacht, kommt zurück, und da sie ihn nicht erkennen, waschen sie ihrem Gast freudig die Hände. Also die Prophezeiung hat sich erfüllt. Aber das ist eine ganz, ganz verbreitete Geste. Da sind wir auch wieder an ganz vielen Themen. Also der Unfug, die Leute hätten sich nicht gewaschen. Nein, an einer Tafel war es ganz üblich, den Gästen eine Möglichkeit zu geben, die Hände zu waschen. Ganz, ganz verbreitet. Die Beispiele für solche Handwaschfässer oder auch Aquamanile, die ich hier zum Beispiel eine habe. Das ist genau so ein Handwaschgerät. Oben ist ein Loch, daraus kann ich Wasser gießen. Und diese Quellen gibt es wirklich in den Hunderten. Wahnsinnig viele. Das zweite, vielleicht noch wichtigere dabei, ist so ein Willkommen. Ein Horn, kein Trinkhorn, wie wir es so kennen, am Gürtel getragen zu trinken, obwohl es ein Trinkhorn ist. Das ist eins von mehreren Prunkgefäßen, die es gibt. Es gibt auch Deckelpokale, es gibt auch Doppelscheuern, also oft Hölzer ins Gefäß, aus zwei Teilen bestehen. Im Prinzip zwei Becher, ein großer, ein kleiner, aufeinander. Und die kann ich teilen und der Trick an dieser Doppelscheuern ist, zwei Leute trinken aus einem Gefäß, das eigentlich eins ist. Das ist so der Gedanke dahinter. Das gibt es heute noch als Brautbecher teilweise, auch so Trickgefäße, aus denen die Brautleute gemeinsam trinken müssen. Und das hier ist so ein Trinkhorn. Das hier heißt Greifenklaus, hat tatsächlich einen eigenen Namen. Es gibt auch welche, die heißen Willkommen. Da ist das Willkommen wieder drin. Und im Prinzip auf jeder Darstellung einer höflichen Tafel im Spätmittelalter haben wir ein Prunkgefäß. Die Leute trinken aus Bechern, teilweise Silberbecher, Gläser oder sonst etwas. Aber es steht ein Prunkgefäß da. Das ist das Prunkgefäß, mit dem die Gäste begrüßt werden, mit dem ich quasi das Gastrecht ausspreche, mit dem ich das Willkommen ausspreche. Und dann stehen die Leute auf der einen Seite unter Schutz, auf der anderen Seite sind sie auch Verpflichtungen eingegangen. Also auch gegenseitigen Frieden, gegenseitigen Beistand. Und es bleibt diese spezielle Form der Gastfreundschaft, die haben wir auch noch im Spätmittelalter. Also dieses Prunkgefäß, das Gästen angeboten wird, haben wir bis ins Spätmittelalter durchgehen. Und es ist letztlich auch eine Art von Grußformel. Ja, das war so der kurze Exkurs. Heute ist es kein so wahnsinnig langer Film. Aber ich hoffe, es ist hilfreich für all diejenigen, die im Lab oder im Rollenspiel grüßen wollen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie hat man überhaupt im Mittelalter gegrüßt. Das sollte so ein Überblick sein. Mir fehlen ein paar Dinge. Es gibt zum Beispiel im Bereich der religiösen Grüße, also unter Priestern beispielsweise, habe ich einige Dinge nicht finden können. Da gibt es zum Beispiel die Formel Laudetur Jesus Christus und die Antwort ist in Aeternam. Das ist etwas, was wir in der Neuzeit bei Priestern immer und immer wieder finden. Ich habe es versucht, ich bin der Meinung, ich hätte das auch schon im Spätmittelalter gesehen. Ich habe es aber nicht finden können. Ich habe keinen Beleg dafür gefunden. Da tut es mir leid. Ich kann tatsächlich im jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, inwiefern es da besondere Formeln gibt, die verbreitet waren. Da habe ich offensichtlich eine Wissenslücke. Muss ich irgendwann mal schließen. Vielleicht kann ich da irgendwann nochmal in einem anderen Film drauf eingehen. Aber momentan kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt diesen Film genossen und findet ihn brauchbar. Wenn ihr den Film mögt, liked den Film, abonniert den Kanal, schreibt Kommentare. Immer viele Kommentare, ist immer gut. Ihr könnt mich auf Coffee unterstützen, indem ihr mir ein Malzbär ausgebt. Ihr könnt mich auf Patreon unterstützen, dafür bin ich auch immer wahnsinnig dankbar. Vor allen Dingen aber könnt ihr nächste Woche wieder zuschauen, wenn es einen neuen Film gibt. Und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.